Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ergab sich für viele deutsche Generäle eine Zeit der Abrechnung und Neuausrichtung. Die Niederlage der Achsenmächte führte zu weitreichenden politischen, militärischen und gesellschaftlichen Veränderungen in Deutschland. Während einige Generäle vor Gericht gestellt und für Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht wurden, fanden andere Wege zur Rehabilitation oder sogar zur Wiedereingliederung in die deutsche Gesellschaft. Diese Periode der Nachkriegsjustiz prägte das Schicksal bekannter deutscher Generäle und legte den Grundstein für ihre Rolle in der Nachkriegszeit. Den ersten General, den wir in diesem Video anschauen werden, ist Rommel. Erwin Rommel, auch bekannt als der Wüstenfuchs, war ein hoch angesehener deutscher General während des Zweiten Weltkrieges. Er erlangte Berühmtheit für seine taktischen Fähigkeiten und seine Führung während der Nordafrika-Kampagne, wo er deutsche Truppen erfolgreich gegen die Alliierten befehligte. Rommel geriet jedoch zunehmend in Konflikt mit dem Naziregime. Obwohl er kein offensichtlicher Gegner des Regimes war, hatte er Bedenken bezüglich der Kriegsführung und der politischen Richtung Hitler-Deutschlands. Außerdem hatte Rommel Vorbehalte gegenüber der Behandlung von Juden und anderen Unterdrückungsmaßnahmen des Regimes. Rommels Ruf als unkonventioneller und humaner Offizier machte ihn zu einer Figur, die nicht vollständig in das nationalsozialistische System passte. Letztendlich wurde er 1944 in Verdacht gebracht, an der Beteiligung am Attentat gegen Hitler beteiligt zu sein, obwohl es keine Beweise dafür gab. Am 14. Oktober 1944 bekam Erwin Rommel unerwarteten Besuch, der erst einen Tag zuvor angekündigt worden war. Zwei Generäle, Wilhelm Burgdorf und Ernst Meißel, erschienen in seinem Haus in Herlingen bei Ulm, wo Rommel sich von einer schweren Verletzung erholte, die er im Juli an der Westfront erlitten hatte. Burgdorf und Meißel behaupteten, dass Rommel Kontakte zum militärischen Widerstand hatte, der das Attentat auf Hitler am 20. Juli durchgeführt hatte. Entweder würde er vor den Volksgerichtshof gestellt oder er würde Selbstmord begehen, um seine Familie vor Strafverfolgung zu bewahren und ein Staatsbegräbnis zu erhalten. Rommel verabschiedete sich von seiner Familie mit den Worten »In einer Viertelstunde bin ich tot« und beginnt dann Selbstmord, indem er eine Zyankali-Kapsel zerkaute, die die Generäle mitgebracht hatten. Die akribische Planung zur Beseitigung des berühmten Feldmarschalls des Dritten Reiches wird durch ein Protokoll verdeutlicht, das sich im Besitz der Kölner Kriminalpolizei befand. Darin schilderte der Arzt Friedrich Breidenhof am 22. Juli 1960 seine Beteiligung, offenbar in dem Bestreben, sein Gewissen zu erleichtern. Hitler hatte sein Ziel erreicht. Sein beliebtester Herführer, der einst als sein Liebling galt, wurde ausgeschaltet, ohne dass die Öffentlichkeit Verdacht schöpfen konnte, da der Diktator die Geschichte von einem Herztod aufrecht erhielt, indem er immer wieder von einer Embolie sprach. Bis heute wird über Rommels Verbindungen zum Widerstand debattiert. Rommels Familie erhielt ein Beileidstelegramm von Hitler und der verstorbene Marschall wurde mit einem pompösen Staatsbegräbnis in Ulm geehrt, bei dem der riesige Trauerkranz des Diktators Aufsehen erregte. In der Traueranzeige der Familie, unterzeichnet von seiner Witwe und seinem damals 15-jährigen Sohn, Manfred Rommel, dem späteren Oberbürgermeister von Stuttgart, wird die Wahrheit nur leicht angedeutet. Rommel sei plötzlich und unerwartet nach einer schweren Verwundung gestorben. Heinz Guderian war ein bedeutender deutscher General und Panzerstratege während des Zweiten Weltkrieges. Er gilt als einer der Architekten der blitzkriegartigen Kriegsführung, die die deutsche Wehrmacht in den frühen Phasen des Krieges so erfolgreich machte. Guderian war ein Verfechter der schnellen, mechanisierten Truppen und spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung der deutschen Panzertruppen. Er war ein Organisator und Motivator, der taktisch risikofreudig war. Am Mai 1945 bis Juni 1948 war der ehemalige Panzergeneral der Wehrmacht in Gefangenschaft. Es gab Verdächtigungen, dass er in Kriegsverbrechen während des Polenfeldzugs 1939 verwickelt war. Seine Rolle bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstands 1944 als Generalstabschef war ebenfalls umstritten. Polen forderte vergeblich seine Auslieferung. Zusammen mit seinen früheren Kollegen Halder, Zeitzler, Heusinger, Speidel und anderen fand er eine neue Anstellung in die historischen Abteilung des Oberkommandos der US-Streitkräfte. Sie waren damit beauftragt, einen schriftlichen Bericht über den Verlauf des Krieges zu erstellen und Lehren und Erkenntnisse für die Zukunft zu ziehen. Er wurde jedoch nicht aufgrund von Kriegsverbrechen verurteilt und bereits im Sommer 1948 aus der Haft entlassen. Ähnlich wie Erich von Mannstein fungierte auch Heinz Guderian als militärischer Berater in der Anfangsphase der jungen Bundesrepublik Deutschland. Er arbeitete für die Vorläufe des Verteidigungsministeriums und des Bundesnachrichtendienstes. Kurz vor seinem 66. Geburtstag verstarb Guderian am 14. Mai 1954. Er wurde von ehemaligen Kameraden und einer Hundertschaft des Bundesgrenzschutzes geehrt. Eberhard von Mackensen war ein deutscher Generalleutnant und Offizier während des Zweiten Weltkrieges. Er wurde am 24. November 1989 geboren und war der Sohn des berühmten Generalfeldmarschalls August von Mackensen. Eberhard von Mackensen diente während des Ersten Weltkrieges in verschiedenen Positionen, darunter als Kommandeur eines Kavallerie-Regiments. Während des Zweiten Weltkrieges befehligte er zunächst eine Kavallerie-Brigade und später eine Panzerdivision. Er zeigte sich als fähiger Kommandeur und war an verschiedenen Fronten im Einsatz, darunter in Polen, Frankreich, Russland und Italien. Mackensen war bekannt für seinen Einsatz von mobiler Kriegsführung und schnellen Manövern. Was ihn zu einem geschätzten Offizier machte. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Nach der bedingungslosen Kapitulation geriet Mackensen zunächst in britische Kriegsgefangenschaft, in einem Kriegsgefangenenlager in Belgien. Am 30. November 1946 wurde er von einem britischen Militärgericht in Rom wegen Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt. Mitte 1947 wurde das Todesurteil aufgehoben, jedoch in eine 21-jährige Haftstrafe umgewandelt. Am 2. Oktober 1952 wurde er aus der Haft entlassen, nachdem sie Freunde, ehemalige Gegner und angeblich sogar der Papst für ihn eingesetzt hatten. Nach seiner Freilassung lebte Mackensen zurückgezogen, in Altmühlendorf. Er verstarb am 19. Mai 1969 in Neumünster, im Alter von 79 Jahren. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, welches Schicksal deutsche Kriegsvertriebene erleiden mussten, dann klick auf das eingeblendete Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!